Hallo, Tayo! Klicken Sie sich hier, um sich anzumelden! Jenseits unserer menschlichen Welt liegt versteckt eine Welt voller Magie. Diese zwei Welten lebten lange friedlich nebeneinander her. Ich wünsche euch einen schönen Tag! Dank der Kräfte des Sonnensteins und des Mondsteins. Hm, die Orte, an denen die magischen Steine sich befinden, müssen für immer geheim bleiben. Ab jetzt musst du dich darum kümmern, Carly. Ja, Zaubermeister. Doch eines Tages wurde das Buch von einem bösen Zauberer gestohlen und mit ihm der Lageplan der magischen Steine. Doch nicht so stürmisch, Kinder! Sieht aus, als wären wir hier richtig. Und jetzt? Caraba, Caradin, Enthüllung. Hm, dann los! Okay! Das Abenteuer beginnt! So, wir sind angekommen! Einen schönen Tag noch! Danke dir auch, Tayo! Ich danke dir sehr! Ich hab Feierabend! Ich freu mich schon riesig darauf, mit all meinen Freunden Spaß zu haben! Hallo, Leute! Tayo! Hallo! Schön, euch zu sehen! Lasst uns was Tolles machen! Gute Idee! Gute Idee! Ja? Rugi, du hast ja so gute Laune! Ist irgendwas Tolles passiert? Weißt du, gestern habe ich in meinem Traum eine Schatzkiste gefunden. Einen Schatz? Du meinst sicher eine Kiste mit Abfall! Eine Kiste mit Abfall? Oder wie würdest du das alte Zeug nennen, was du sammelst? Das alte Zeug? Ganz genau. Es kann nur ein Traum über Müll gewesen sein. Die beiden sind mal wieder unmöglich. Hey Leute, seht mal da oben. Was ist das? Ich glaube, ich weiß es. Es ist bestimmt ein UFO. Sehen wir noch. Ma, Ruki, warte auf uns! Sind das etwa fliegende Autos? Wo kommen die denn her? Hä? Dafür muss ich unbedingt ein Foto machen. Wow, seht mal da hoch. Die fliegen ja. Aber wie geht das? Keine Ahnung. Arakanah, Arakanah. Kanadium! Wieso wackelt die Erde? Dasta! Dasta! Lord Dio wird begeistert sein. Stopp! Wer ist das? Ist das... ist das etwa Carly? Wer ist das denn, bitte? Sie sehen aus wie diese Zauberer aus den Filmen. Der Sonnenstein gehört uns, also verschwinde! Carly, das hältst du nicht mehr lange durch. Ich weiß, ich denke nach. Ich hab's. Carly, nein, das schaffst du nicht! Quato! Splitters! Ja! Nein! Leute, was passiert hier? Verschwindet von hier schnell! Aufgepasst, diese vier kleinen Busse haben den Sonnenstein! Schnappt sie euch! Weck! Stopp! Hinterher! Wieso verfolgen sie uns denn? Ich weiß es doch auch nicht! Was sollen wir nur tun? Teilen wir uns auf! Okay! Wir kriegen euch trotzdem! Ah, wo soll ich nur hin? Anhalten! Ja! Hab ich dich! Ich sag da, da! Entschuldigung, bitte! Wow, das war wirklich knapp! Hä? Wow! Tut mir total leid! Hilfe! Oh nein! Hilfe! Du kannst es ja versuchen, aber du kriegst mich nicht! Hä? 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 Ich hab dich! Wieso ist denn plötzlich alles so still? Hoffentlich geht es auch allen gut! Ich muss sie unbedingt finden! Ah! Du bist jetzt der letzte von euch, Fian! Wenn du schlau bist, kommst du lieber freiwillig mit! Was habt ihr mit meinen Freunden gemacht? Oh nein! Meine Freunde! Was ist das? Das ist furchtbar! Oh nein! Und jetzt bist du an der Reihe! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Misch dich nicht ein! Der Bus gehört uns, was auch immer passiert! Aber nicht, wenn wir eingreifen. Die Magic Defense Force? Kommt schon, los! Und verhaftet sie! Ja, das gemacht! Es ist noch nicht vorbei. Ah, lasst sie nicht entfliehen! Wo sind sie hin? Oh nein! Meine Freunde! Alles okay? Du bist doch nicht etwa verletzt. Nein, mir geht's gut. Aber wer seid ihr? Alles gut. Wir sind nicht böse. Mein Name ist Kali. Und ich bin Bart. Also, ähm, mein Name ist Tayo. Du bist sicher geschockt. Weißt du, wir kommen aus der Welt der Magie. Was? Aus der Welt der Magie? Ganz genau. Ich bin Captain Grey. Ich fange böse Zauberer mit der Magic Defense Force. Was? Sagtest du böse Zauberer? Dann wurden meine armen Freunde von bösen Zauberern entführt? Sieht so aus. Oh nein! Wir müssen sie auf der Stelle retten! Meine Freunde sind in Gefahr! Sei unbesorgt! Diese Hexen und Zauberer werden deinen Freunden nichts antun. Wegen dieses Sonnensteins hier. Bitte was? Sonnenstein? Was ist das für ein Stein? Nun, das... Carly, wir sollten jetzt schnell zurück, bevor uns noch die Menschen entdecken. Du heißt Tayo, richtig? Hier ist es nicht sicher. Komm in die Welt der Magie. Wir werden dich beschützen. Wenn ich mit euch mitkomme, können wir dann auch meine Freunde retten? Na klar. Äh, okay. Ich bin dabei. Lasst uns meine Freunde retten. Gut. Carly, wir sollten jetzt los. Hm. Ja, stimmt. Oh, wow! Bist du bereit, Tayo? Bereit! Auf geht's! Auf in die Welt der Magie! Ja! Oh nein, wo sind wir hier? Es lässt sich nicht öffnen. Hä? Wieso wurden wir eingesperrt? Lasst uns sofort hier raus! Bitte, bitte, wir wollen nach Hause! Lasst uns doch raus! Es tut uns leid, Lordeo! Wir werden zur Welt der Menschen zurückkehren und uns diesen blauen Bus schnappen! Das ist nicht nötig. Dieser kleine blaue Bus wird nämlich zu uns kommen. Und er ist schon so gut wie hier. Dann wird dieser Sonnenstein endlich mir gehören. Ha, 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 ha! Tayo fliegt ganz hoch hinauf, denn er hat es einfach drauf. Der Rot nimmt uns mit in die Welt der Magie. So spannend war's noch nie. Spannung pur im Sause-Schritt. Tayo nimmt uns alle gern mit. Nun schwingt und dreht den Zauberstab. Und macht nen riesengroßen Kreis. Und sagt den Spruch mit aller Kraft. Und schafft, was außer euch niemand schafft. Unser Freund, wir lieben dich so. Magischer Buster, jo! Bin die Mose! Eine Welt voller Zauberei. Auf geht's, sei dabei! Magischer Tayo!